hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal ich möchte heute mit euch über ein spiel sprechen was ihr vielleicht noch nicht auf so vielen kanälen gesehen habt nämlich das richtige wort ist oft hard to get ein spiel aus dänemark von matt emil christensen und ich durfte den auf der spiel kennenlernen bin ich vorbeigegangen am stand habe das mit ihm gespielt und habe gesagt ich mache regel video dazu und auch eine rezension und so hat er mir das reizie exemplar dann mitgegeben und ich ärgere mich ein bisschen denn ich hätte gerne viel früher über das spiel gesprochen weil das wie gesagt so ein titel ist den seht ihr halt nicht auf allen kanälen aber es selber habt ja auch meinen pile of opportunity immer wieder gesehen das ist einiges an spielen was hier rum liegt was auch eine schöne sache ist aber das eine oder andere spielt dort dann halt auch immer ein bisschen länger jetzt ist aber soweit ihr seht das ganze gibt es in der deutschen variante gibt es aber auch in englisch und kommt relativ nüchtern daher als kartenspiel gab auf der spiel auch eine promo die dort verteilt wurde und ich will euch in diesem video hier erklären was das für ein spiel ist wie das funktioniert und in einem anderen dann sehr kurzen video wahrscheinlich auch noch gehe ich auf die rezension ein was sind die stärken was in die schwächen dieses spiels doch und was ist meine meinung zu dem titel so alles wurde glaube ich wichtige dazu gesagt jetzt gehen wir rein in die regeln so dass ihr euch wenn euch das spiel schon gekauft hat das regel lesen ersparen könnt viel spaß dabei gut das spiel aufgebaut hat schon gewisse ähnlichkeiten zu codenames dadurch dass wir ja auch diese karten haben die so doppelseitig bedruckt sind wir sind haben sie aber sehr klein wieder wie beim alten codenames gibt ja auch codenames xxl das wäre für die übersichtlichkeit doch vielleicht immer ein bisschen schöner dann doch so eine großen karten zu nehmen ist hier aber nicht der fall auf den karten stehen begriffe wie demokratie salat richter auch persönlichkeiten wie scarlett johansson helene fischer will smith wichtig ist jeder sollte die begriffe kennen die dort liegen oder die persönlichkeiten kennt man die nicht dann muss man sie weg packen ihr legt also ein vier mal vier raster davon aus ihr habt hier einiges an karten das noch so ein stapel also genug auswahl die sind auch doppelseitig wie man es von anderen spielen auch kennt dann mischt ihr diese karten hier davon gibt es auch ganz viele also ich habe hier noch tonnenweise andere dabei müsst ihr gucken es gibt welche die sind ein bisschen leichter wie diese karte hier die haben dann so einen grünen rand oder sie meint keinen dann sind sie so gestaltet ich habe die jetzt mal so gemacht die mischt man natürlich und ihr werdet gleich sehen wir ziehen davon nur fünf karten also ist im grunde noch übersichtlich und ja wirklich sehr 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 viel auswahl wobei ich sagen muss wenn ihr euch das spiel ein bisschen einfacher machen wollt dann lasst euch einfach auch mehrere karten ziehen und daran davon aussehen denn ihr werdet gleich sehen ja die kategorien passen nicht immer so ganz optimal und die dritte art von karte die hat hier dieses schwarze layout und die möchte ihr auch und dann wird einer von euch als der zeuge bestimmt und die anderen sind die detektive die gleich raten müssen kennt ihr halt auch von spielen wie halt code names du es da ist eine seite immer der zeuge sozusagen oder die agenten sind sehr dort oder noch viel eher aus die unüblichen verdächtigen oder die üblichen verdächtigen ich weiß immer gleich wieder spiel genau wieder heißt ich vergesse das immer wieder so ihr zieht diese karte dann geheim also nur der zeuge und der guckt und diese karte zeigt ihm an mit dem roten fleck welche karte ist die karte die nach fünf runden als einzige übrig bleiben muss dann habt ihr die runde gewonnen und das ist in unserem fall aus park ok gut die legt er natürlich verdeckt hin ich lege jetzt offen für euch hin damit ihr nochmal ja im blick habt was wir denn jetzt genau suchen und dann spielablauf ist wirklich denkbar einfach jetzt zieht ihr halt eine dilemma karte oder wenn ihr es halt einfach haben wollt hausregel von mir dann lasst ihr zum beispiel zwei ziehen so und die dilemma karte in diesem begriff dilemma als philosophie eben einer philosophie student nicht so ganz glücklich aber ist noch so ihr müsst halt entscheiden vielleicht ist das das dilemma also wir entscheiden entweder schwach oder stark so und jetzt ist das spielen ihr seht es ja von den begrifflichkeiten sehr allgemein gehalten von den begrifflichkeiten stark und schwach ist natürlich jetzt etwas ja noch fast konkretes wir haben hier supermarkt oder flohmarkt so wenn mich das jetzt mit south park assoziieren muss muss man ein bisschen um die ecke denken und das ist das spiel vor allem dann halt auch sehr kreativ muss man sein und halt ideen entwickeln wie man das am besten erklärt so ich würde jetzt für mich denken okay south park starke sprache nicht im sinne von literarisch wertvoll aber schon kraftausdrücke etc deshalb würde ich eher sagen ich würde es bei stark einsortieren und dann schiebe ich es hier in den karton ein ja und da seht ihr hier steht runde eins zwei drei vier runde fünf stellt ihr dann hier sozusagen rein also ihr habt fünf karten am ende die die spieler immer im blick haben und die legte jetzt hier hin und jetzt sind die detektive dran ihr dürft nichts sagen dürft nichts kommentieren und die müssen mindestens pro runde eine karte entfernt aber wichtig nach runde fünf müssen alle karten weg sein bis auf die korrekte so das heißt die würden jetzt durchgehen und würden sagen okay stark sie wissen ja auch schwach wäre der andere begriff die möglichkeit und überlegen jetzt nougat zum beispiel ist er nicht stark sage ich reduzierte schokolade hausschuhe würde man jetzt auch zum beispiel nicht mit stark assoziaten die gehen also raus wenn sie sich entschieden haben und erst dann wenn sie sich entschieden haben für alle in dieser runde dann fragen sie den zeugen sind wir noch im spiel und der zeuge sagt dann in unserem fall wir sind noch im spiel denn der begriff den wir gesucht haben der wurde nicht entfernt das heißt nächste karte ziehen essig oder zitrone wir sind nach wie vor bei south park ihr seht es ja man muss ein bisschen fantasie haben ein bisschen kreativ sein ein bisschen um die ecke denken ich finde das sehr witzig aber ich weiß das ist wahrscheinlich nicht für jeden etwas so ein bitterer essig geschmack oder so sauer ich habe eigentlich sauer humor das hausberg ist ja schon humorfall wenn man diese art von humor mag also sage ich an zitrone und dann überlegt die gruppe wieder und ich ziehe die nächste karte danach wenn hoffentlich immer noch der begriff drin ist wie gesagt immer dazwischen muss mindestens eine karte raus und so weiter hier pasta oder reis also ja ihr müsst euch wie gesagt immer entscheiden dass insgesamt fünf runden und am ende ist im idealfall nur noch south park übrig dann habt ihr die runde gewonnen ist zu irgendeinem zeitpunkt die entscheidung der detective south park in unserem fall raus zu nehmen dann habt ihr das spiel verloren sagt es den anderen und dann könnt ihr mit einer neuen runde beginnen also total simples regelwerk das habe ich euch hiermit erklärt wenn ihr trotzdem noch fragen habt rein damit in die kommentare ich wünsche euch eine schöne zeit bis zum nächsten mal schau die review kommt in einem anderen video